Vanessa ist als Gesamtpaket, als Person attraktiv, weil sie ist hübsch, sie ist elegant, wie sie sich kleidet, wie sie sich artikuliert, aber auch lustig, humorvoll und mit ihr kann man echt sehr gut reden und philosophieren. Vanessa, Wahrheit oder Pflicht? Schau mal, wie besoffen der jetzt schon ist. Wow, Pflicht, wir haben Pflicht. Drei Sekunden höher. Will er gleich noch eine Latte kriegen oder wie hat er sich das vorgestellt? Keine. Bra-pa-pa-pa. Was, ra-pa-pa-pa? Seit wann? Hä? Wow, 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 wow. Respekt. Alter, ja, Respekt. Alex ist scheiße. Alex, da ist scheiße und der ist drin, unten drin.